Herzlich Willkommen hier beim WeLoveMMA-Podcast. Frische Infos nach UFC 262, die Post-Welt-Pressekonferenz ist eben gelaufen und deshalb lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder eine Bewertung bei iTunes oder falls ihr das bei Spotify hört, natürlich auch ein Follow bei Spotify. UFC 262 war vorbei und es war ein wirklich brachialer UFC-Paperview, also wir hatten dieses Jahr wirklich sehr viele geile UFC-Paperviews, muss man sagen, angefangen im Januar bei Conor vs. Pori, über Adesanya, Blachowicz, Stipe Engano, Ousmane Masvidal und jetzt eben Charles Oliveira vs. Michael Chandler. Angefangen hat das Ganze mit einem Fight von Edson Barbosa, Edson Barbosa vs. Burgos und das war ein sehr brutaler TKO, also wer diesen Clip kennt oder wer diesen Kampf gesehen hat, der erinnert sich wahrscheinlich dran, dass es wirklich diese Schreckenssekunde gab, einfach weil es kein normaler TKO war im klassischen Sinne, sondern Edson Barbosa hat Burgos geschlagen, daraufhin standen die beiden sich circa zwei Sekunden gegenüber und erst dann ist Burgos nach hinten gefallen, ist umgekippt und Edson Barbosa mit Ground and Pound hinterher und dann wurde der Kampf beendet und als Burgos dann quasi schon bewusstlos war, hat man noch sein Bein zappeln sehen, sein Bein zittern sehen, das war ein nicht schönes Szenen, das hat vermutlich einen Zusammenhang mit einem Gehirnschaden oder sowas, ich glaube Burgos wurde auch in das Krankenhaus eingeliefert, erschreckende Szenen, einer der heftigsten TKOs, also klar, es war jetzt kein Flying Knee und Spinning Elbow und 360 und so weiter, aber so ein TKO war nicht unbedingt brutal, aber eher gruselig, es war ein gruseliger TKO. Dann machen wir einen kleinen Sprung rüber in das Co-Main Event, Tony Ferguson gegen Benil Dariush, ja, hm, also Tonys Zeit ist, denke ich, noch nicht vorbei, ich denke, Tony kann mit dem Top 10 im Lightweight mithalten, mit der Top 5 wird es aber schwer, also ich hätte gerne gesagt, hätte Tony diesen Fight gemacht, hätten wir den Fight gegen Justin Gaethje vielleicht nochmal gesehen, aber so, nee, also, ich habe Sorge, dass Tony da als Gatekeeper fungieren wird, dass man sagt, Tony kämpft jetzt gegen Newcomer, Tony kämpft gegen die jungen Hungrigen, weil Tony ist ein großer Name, das haben wir gesehen. Wir haben in der Halle gesehen, Tony hatte den lautesten Pop, also bei Tony haben die meisten gejubelt und alle waren auf seiner Seite. Nichtsdestotrotz, schade für Tony, alle drei Runden verloren, wurde auf dem Boden absolut dominiert von Dariush und Dariush, ja, der macht einen Crawlout gegen Elon Musk, er sagt, er wartet schon sechs Monate auf seinen Wagen, wo bleibt das Auto? Ja, schade für Tony, wirklich, ne, verdienter Sieg für Dariush, aber Tony ist halt der Fanliebling von vielen, Tony hat verdient verloren, muss man dazu sagen, ne, wir reden hier nicht von einer Robbery oder sowas, das war ein ganz eindeutiges Ding. Und dann kommen wir rüber zum Main Event, Charles Oliveira vs. Michael Chandler, boah, Also dieser Fight startete direkt mit einem Leg Kick von Oliveira, der Chandler scheinbar sehr überrascht hat, Chandler ist zu Boden gegangen, wahrscheinlich mangelnde, mangelnde Balance und daraufhin gab es eine Linke von Chandler, Charles Oliveira ging daraufhin auf den Takedown, also der Punch von Chandler hatte richtig Wumms. Dort sah es aus, als hätte Oliveira fast schon ein Submission drin, aber das war dann doch nichts Gefährliches, doch nichts Ernstes. Dann gab es eine kleine Rangelei auf dem Boden, Chandler konnte später dann ruckartig wieder aufstehen und hat harten Ground and Pound geliefert, also Chandler hat so brutale Treffer landen können und ich dachte mir in der ersten Runde noch, boah, alter, wer will denn jetzt noch gegen Chandler kämpfen, der Typ ist doch ein Monster. Dann startet die zweite Runde, Oliveira landet eine Linke, Boom, er droppt Michael Chandler. Michael Chandler steht sofort wieder auf, macht einen kleinen Puzzlebaum, eine kleine Rückwärtsrolle, steht sofort wieder auf, rennt ein bisschen davon, Oliveira trifft die nächste Linke, Boom, er droppt Chandler wieder. Fettes Ground and Pound hinterher und der Kampf war vorbei. Ja, wir haben einen neuen Champion im UFC Lightweight, Charles Oliveira besiegt Michael Chandler, sehr beeindruckend, also ich habe damit nicht gerechnet, nachdem ich die erste Runde gesehen habe. Ich habe eigentlich gedacht, in der zweiten Runde macht Chandler dann das Ding safe, aber wie wir sehen, ist MMA ein so grandioser Sport, hier kann alles passieren. UFC-Boss Daniel White hat jetzt auf der Post-Fight-Pressekonferenz gesagt, dass wir vermutlich Engano gegen Lewis im August sehen werden, das ist eine sehr spannende Info, und er sagte, dass Brian Ortega und Alexander Wolkanovski eine kleine Rangelei, einen kleinen Brawl bei Tuff hatten. Tuff ist die Show von der UFC, Tuff ist eine Show, die hat die UFC auch mal gerettet vor dem finanziellen Ruin, und Ultimate Fighter gab es jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr, die letzte Staffel war Cormier gegen Steephead, das war 2018, jetzt kam Ultimate Fighter zurück mit den Coaches Alexander Wolkanovski und Brian Ortega, da soll es jetzt scheinbar eine kleine Prügelei gegeben haben, nur eine Kleinigkeit, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das gesagt wird, um die Quote ein bisschen hoch zu treiben, und dann war es das, mit dieser Episode vom We Love MMA Podcast, habt ihr Chandler vs. Olivera gesehen, was denkt ihr darüber, folgt uns, We Love MMA bei Instagram, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wir hören uns in der nächsten Episode, ciao. Bis zum nächsten Mal.